Schon immer zeichnete sich Europa durch ein besonderes Interesse an der Welt, ihren ungehobenen Schätzen und Reichtümern aus. Wie sonst wäre das Vordringen gerade der Europäer bis in die entferntesten Winkel- und Weltregionen zu erklären? Exotische Güte und Genussmittel, Kenntnisse und Kostbarkeiten, die man von den Reisen mitbrachte, erweiterten den Horizont immens und trieben zu immer neuen Höchstleistungen in Kunst, Kultur und Wissenschaft. Die Verheißungen ferner und fremder Welten reizten aber nicht nur zu Entdeckungs-, sondern ebenso sehr zu Eroberungskampagnen. Die Suche nach Exotik verlor ihre Unschuld und für viele Völker und Kulturen wurde der europäische Traum zum Trauma. In den Prachtbauten und Prunkräumen zeigt sich das europäische Verlangen nach Exotik in seinem ganzen Facettenreichtum. Freuen Sie sich auf ein spannendes Programm. Freuen Sie sich auf ein spannendes Programm.